Ach, wie schön. Der hätte nur noch mehr sehen müssen. Ich bin viel zu schnell raus. Ich hätte nicht, ich hätte nicht, ich habe nicht daran gedacht, dass das, dass das damit auch, dass damit endet. Aber tolle Anspielung. Der hat zu verlangt, David. Ich vermisse dich auch, Danny. Es war unglaublich, zu spenden diese Zeit mit dir. Ich bin so verdammt stolz von dir, beide. Und jetzt, wenn du's tun will. Wenn du's ever need. Ich weiß. Okay, Mom. Danke. Well, Sean, das ist es. Wie, was? Kann man umarmen? Kann man nicht umarmen? Das steht hier zu der Patze. Heiß auf. Da werde ich wütend, wenn ich im Abstand, da Leute sehe. Kann man nicht umarmen. So blöd. Kommt. Kommt schon. Dann wieder diese 1-2% die da. Die da. Die da zu stur waren. Ich treffe unterwegs noch. Oder Max. Das wird ich tun. Das wird ich tun. Das tut. Tschüss. 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 Sie tut mir fast weh. So. So rührend. So rührend. Ich habe da so ein schlechtes Gefühl, Leute. Ich weiß nicht warum, aber... Aber ist sie jetzt mitgekommen? Ich dachte, sie würde ablenkungen machen und... Wir... Das war eine gute Chance für uns. So. Hm. Wie soll das jetzt noch... Das ist das Problem. Naja, egal. Weil es ist ja sowieso besser. Was... Was werden wir in Porto Lobos machen? Wir wissen nicht niemanden. Wir sind wie Außerungen. Wie lange können wir dort leben? Und wie werden wir da rüberkommen? Es ist... Ich habe so ein Schiss davor, dass der jetzt... Der wird... Der wird safe. Vorher kann es irgendwas... Tragisches passieren. Das war da jetzt... Das nicht rüber schaffen. Wie denkst du, dass wir hier leben können? Keine mehr Ruhigung, E-Nano. Also... Was werden wir für Geld und was tun? Wiroug da sind nicht. Keine mehr Ruhigung. Wir haben doch ein Sch�을. Und eine Aufmerksamkeit, also? Wir haben es, dass wir es herausfinden können. Leute... Ich kann gar nicht sprechen Spanisch. Wie kann ich Freunde machen oder... Makef ich was? Wenn ich nicht sprach' zu haben? Du wirst, Jan. Du wirst es lernen, nachdem du da ein paar Wochen gewesen bist, ein paar Monate. Irgendwann lernt man das. Am Anfang brauchst du nur die wichtigsten Wörter, die wichtigsten Versetze, wo ist die nächste Toilette, was kostet das und das, ich möchte, kann ich, darf ich, wo geht es hier, wo lang ist es, mit der Zeit wird es irgendwann kommen. Man nimmt es schnell ein. Ach, kein Scheiß denn hier. Jetzt erschreckt er sich und reißt das Ding gerade um, mit seiner Kraft. Mach kein Scheiß denn hier. Hast du genug von gemacht? Mach das? Mach das? Mach das? Mach das? Mach das? Das ist so großartig. Das ist so großartig. Das ist so großartig. Der Bruder kann bestimmt mit seiner Kraft ein Loch in den Zaun reißen. Die Mutter ist verhaftet. Und jetzt schnell. Das ist eine schwierige Frage. Da gab es so einen Idioten. Das ist so großartig. Da ist ein Koffer. Damit böse Mexikaner nicht reinkommen. Deswegen haben sie die Mauer gebaut. Das ist so großartig. Wow. Das ist so großartig. People really just leave stuff for the immigrants? Bei mir. Das ist so großartig. Ok. Nun können wir besitzen mit der Idee aus, einfach noch in der Mauer zu springen. Und schnell zum Auto, rennen und durch. Jetzt riecht jeder mit. Machen kaputt den Zaun. Das ist sowieso nicht nötig. Du schaffst das. Ich glaube, ich stehe hier. Das ist das Gestrchen. Ich mache das stark in dir. Du schaffst das. Du kannst das. Du bist ein ganz großer. Wir kriegen das Ding zu fallen. Und weg damit. Das wird irgendjemand mit dem Gericht haben. Und gleich kommen die Bullen. Und lauft rüber. Lasst das Auto da. Ihr seid da. Kommt, jetzt. Feiert auf der anderen Seite. Da seid ihr auf mexikanischem Boden. Da kann euch die amerikanische Polizei nichts mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist hier irgendwo ein Zeichen von Polizisten? Und wie gesagt, wenn irgendetwas... Ich renne notfalls, renne ich an eine rüber. Wenn es nicht sein muss. Dann kann ich nicht mehr rennen. Ich habe es befürchtet. Daniel! Daniel, talk to me! Daniel! Talk to me! Ich habe es befürchtet. Renn! Sean, renn! Nimm deine Beine in die Hand! Und wer auch immer das ist. Renn! Ach, komm! Wer hätte noch rüber laufen müssen. Verdammt, verdammt, verdammt! Scheiße, was ist denn uns fest? Nein, wir sind weg! Wir gehen nach Mexiko, ich schwöre! Warte, warte. Du willst mich nach Mexiko gehen? Das ist f***ig wunderschön. Verdammt! Antwort! Ich war schon dabei, rüber zu laufen. Das war nicht uns! Falsche, einfach wieder. Don't f*** with us, kid. You're the only ones around. Looks like no one's coming for now. Anyway, don't waste your energy. I bet the Porta Patrol has a big plan for you, mister. Madison, come on! Verdammt, 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 verdammt! Ich war schon dabei, rüber zu laufen. Wir hätten rüber laufen müssen. Oh, verdammt! Die Polizei... Where the f***? Get it off! Verdammt, 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 verdammt! Wir waren so dicht dran! Jesus! What the f*** is going on? Where's Spencer? He's off duty today. Why? Listen, we have a deal. He knows? Yeah, I heard about this crap. Not happening anymore. Come on, Maddie. Do what the officer says. Scheissdreck! Können wir irgendwie rennen? Können wir uns bewegen? Uh-oh. Okay. Up. Up. Take a breath. You okay now? Ich muss da rüber. Daniel! Renn, 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 renn. Scheiss auf Daniel. I'm sorry, are you Sean? Sean Diaz? Nein, sind wir nicht. You're under arrest. Verdammt! Kopf umrennen und los. Oh, scheiße. Amizona, 6 Uhr, 4. Juni. Kacke, 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 kacke. Wir haben es verkackt. Wir werden Daniel rufen sollen und über die Grenzen rufen. Das Auto stehen lassen. Scheissdreck. Jetzt werden wir hier für ewig im Gefängnis hocken. Scheissdreck. Das ist nicht das Ende, was ich im Spiel haben kann. Das ist nicht das Ende, was ich im Spiel haben kann. Ihr dreckiges Schweine. Hast du gut? Habt Daniel erschossen. Ja. Und sich hergebracht. Ich bin Diego. Mi esposa Carla. Und diese frügel hier ist... ist Angel. Oh, Angela. Encantado. Ich bin Sean. Ich bin Sean. Schweine. Ehe. Han visto a un... Niño de 10 años. Es mi hermanito. Nos... Separaron. Cerca del muro. Está herido. Lo llevaron a la enfermería. Si fuera grave, una ambulancia ya... habría venido a buscarlo. Si lo dejaron aquí, quiere decir que está bien. Ich hoffe, dass Campbell's almost done with the paperwork Then we're out and we're not coming back Ugh, this place is fucking gross Do you know how long they're going to leave us here? No This is the first time I'm going to cross I remember our first time almost a month First time What? This meme now We're not illegals We were born here And we're trying to get to Mexico Well, you're going to be illegals in Mexico It's a matter of perspective It's the third time we're trying to cross the border Then we're going to be doveiver At least keluar am a matter of the land As soon as we know If you're going to be stuck I know it's a lot of Of course What's wrong? It's a dog God, I know it's a tweet It's all right ich meine ich weiß nicht was dir deswegen die flüchten sie bestimmt auch gründer das ist aus unidos es es el paraíso que esperan en serio mucha gente viene aquí pensando que van a vivir el margen dream pero muchos no logra sin embargo tenemos que probar también merecemos un poco de esperanza quiero desanimarte amigo pero lo de méxico Es ist nicht einfach für Sie. Es ist ein großartiges Land. Es ist ein großartiges Land, aber da wird es sehr kompliziert. Ich habe keine Söhne hier. Sean, hast du in diesem Land mit einem Mexikanischen Vater geleist. Und jetzt haben die Zeiten verändert. Wie ist es, dass alles in dem Zukunft sein wird? Die schlechte kann es kaum werden. Die Zeiten verändern. Aber die Leute auch. Auf dem Weg habe ich viele Alliaten gefunden. Ich hoffe, es gibt weniger Menschen in dem Zukunft. Ich hoffe. Wenn du nicht Außerirdisch bist, musst du noch arbeiten, um dich zu regeln. In Mexiko gibt es auch Rassisten. Heils Maul. Heils Maul. Heils Maul. Heils Maul. Fuck up. Shut up. Fältchen ins Knie. Nichts. 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 Ich komme gleich rüber. Ich greife durch den Bildschirm. Wir wollen nur Arbeit und ... und ... und Biest. Ja. Wir können nicht so schnell entscheiden, wie ich sie beleidige. Wir sind in einem selben Land. Das ist alles, was wir suchen. Das ist, was du Leute immer sagen. Aber die Fakten sprechen für sie selbst. Deine Fakten sind nur Bedeutung und Hass. Ja. Ja. Ich weiss, was du getan hast in meinem Land. Unsere Grenzen. Wir haben ein Recht, um unsere Sovereine Nation zu schützen. Und wir werden. Fuck es. Damn right, baby girl. Du hattest uns wie ... 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 Ich glaube, dass ich eine Wahl habe. Ich will das selbeste Land für meine Kinder. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du liebst deine Familie, wie wir. Wir gehen nicht nach 100 Kilogramm im Meer. Wir gehen nicht nach 100 Kilogramm im Meer. Wir riskieren alles, was wir wissen. Wir machen es für unsere Kinder. Eine Mutter muss es verstehen. Jetzt, du und dein ungeboren Parasite ... ... haben nichts in common mit dir und meiner Familie. Was? Mit dein Mauer? Was hast du gesagt? Oh, du siehst? Da geht's. Geh es einfach. Das ist unser Land. Du siehst. Du siehst. Ich will raus. Ich will raus. Du siehst. 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 Yo, Madison. Alle, calm dich. Campbell. Ich sag mir, wir raus. Warum sind wir hier? Wir sind wir hier mit ihnen? Wir wissen uns. Wir helfen dir, du siehst. Hey, du siehst. Du siehst. Du siehst. Wir müssen hier raus. Ganz schnell. Okay. Ganz schnell. Okay. Wir müssen hier raus. Unsere Waffe schnappen und zieh mal. Ich würde jetzt nicht abknallen sagen, aber ins Bein schießen. Oh, nö. Verwärtser. Sit down. Where's my Brother? He's doing fine for a kid who got grazed by a bullet. Lost some blood. But, he's tough. They're taking care of him at the infirmary. You want coffee? Okay. Good. Oh, Sean. Ich habe den noch Krimis gesehen. Gute Frage. Verdammt, 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 verdammt. Danny ist nicht hier, der kann es mit seiner Kraft nicht helfen. Erdeckte was, eine Uhr hier. Irgendwas passiert da drüben. Ich will es gar nicht wissen. Tacherovason. Ich sage gar nichts. Kaffee verschütten. Die Unterlagen. Was gibt es, Officer? Sagen wir auch mal was. Nein, es war ein Unfall. Das habe ich auf keinen Fall getan. Ich habe das Recht zu schweigen. Um... Whatever. Ja, whatever. Keep your... Teenage Crisis for Agent Flores. glory, 록ige nehmen si